Ich habe im Kalender gesehen, dass auf der Erde die Weihnachtszeit wieder kurz bevorsteht. Wir haben keine Zeit für sowas Triviales wie Weihnachten. Aber Peter ist so traurig, weil Gamora nicht mehr da ist. Wenn wir es schaffen würden, Peter ein richtig schönes Weihnachtsgeschenk zu machen, macht ihn das vielleicht glücklich? Etwas Besonderes, das ihn niemals vergisst. Oder vielleicht jemand Besonderes. Wir suchen den legendären Kevin Bacon. Wir suchen den legendären Kevin Bacon. Was habe ich da gewandt? Vielleicht hat er deine Piepsstimme nicht gehört. Du kommst mit uns als Weihnachtsgeschenk. Ich bin Ruth. Ich bin Ruth. Ich bin لا auf reiner. Wir suchen die Ich befehl zu dir um.